Heute bin ich in Stuttgart auf der Invest, das ist die Messe für Finanzen und Geldanlage. Sie fragen sich vielleicht, warum eine Videobotschaft ausgerechnet von hier? Wenn Sie den Hintergrund gehört haben, wird sich der Kreis für Sie gedanklich schließen. Wer mich schon länger kennt, weiß, dass ich seit nunmehr zehn Jahren Ideen, Lösungen und Vergleiche von Bankprodukten im Internet publiziere. Es gibt Leute, die nennen mich einen erfahrenen Hasen der Branche. Und ich liebe es, mich mit solchen Leuten über Neuigkeiten auszutauschen. Das geht besonders gut am Rande solcher Events, weil hier viele interessante Menschen zusammenkommen. Dirk Müller, Thorsten Schulte, Markus Müller, um nur mal einige bekannte Namen zu nennen. Besonders abends, wenn die Tageserlebnisse mit einem Bier oder einem Wein gekrönt werden, gibt es internes und privates. Aber auch, und jetzt wird es für Sie spannend, Deals. Deals heißt Kooperationen, besondere Konditionen und Exklusives. Diese Tür möchte ich für Sie als Stammleser öffnen, da hier Deals mit 50% Rabatt oder mehr vereinbart werden. Kennen Sie beispielsweise den Goldbrief von Dirk Müller? Waren Sie schon mal auf einem ausgebuchten Seminar von Thorsten Schulte? Oder trafen Sie Finanzexperten und Investoren privat auf einem Golfplatz auf Mallorca? Momentan ist der Kreis der Stammleser von diesem noch relativ jungen Spezialportal zu klein für Deals dieser Art. Das wird sich aber ändern und wenn Ihnen unsere Arbeit bereits geholfen hat oder wenn Sie es gut finden, wie wir ans Werk gehen, dann bitte ich Sie persönlich, unsere Arbeit mit 5 Minuten Ihrer Zeit zu unterstützen. Wenn es Ihre Zeit erlaubt, dann empfehlen Sie bitte deutsches Konto ORG, Sie wissen ja, ORG schreibt sich ORG, an Freunde und Bekannte weiter. Natürlich besonders unseren Fanbereich. Posten Sie bitte Ihre Ideen unter diesem Videoclip, welche Art von Kooperationen oder besondere Angebote für Sie interessant sein könnten. Vielen, vielen Dank für Ihre Unterstützung und Ihr Arrangement. Fast vergessen, ich arbeite derzeit an einem Videoprojekt, von dem Sie begeistert sein werden. Voraussichtlich ist es Anfang Mai soweit, dass ich es Ihnen vorstellen kann. Achten Sie auf die Nachricht dazu in Ihrem Posteingang. Vielen Dank.